Willkommen zurück bei Memoria. Wir sind dabei, Nuri's Vogelflügel zu heilen und gucken uns deswegen erstmal um. Königskastanien. Nuri's altes Kastanienmännchen. Ach so, so schön, das hat die auch mal irgendwann gebastelt. Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanien. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Rumblödeln tun sie also auch noch wie im ersten Teil. Den habe ich hier erst letzte Woche gebaut. Gefällt dir der neuer Vogelbaum? Ja, Geron? Warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Vielleicht wird sie irgendwann für immer ein Vogel bleiben. Wir wissen es ja nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich die nach letztem Winter wieder hinbekomme. Was ist denn da passiert? Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Gut, dann nicht. Äh, Vogelbart. Giacomos Vogelbart ist schön, nicht wahr? Er sagt, er hat es in einer Feenruine in den Blutzinnen gefunden. In der Feenwelt gibt es überhaupt keine Vögel. Na, es gibt mindestens einen großen Pfau. Stimmt. Aber mehr auch nicht. Deine Welt ist viel schöner. Einen großen Pfau haben wir gesehen. Sie ist mit magischem Feenwasser aus Noris Höhle gefüllt. Praktisch für sie. Die Feenharfe des Seers. Den Göttern sei Dank ist sie endlich zerstört. Diese vermaledeite Harfe. Wäre sie nicht gewesen, wärst du noch du selbst. Ich will nicht daran denken. Es war so schlimm. Fast hätte das Spiel kein Happy End gehabt. Nach dem Essen wollte ich so schnell wie möglich zu Fahi. Da war keine Zeit mehr zum Ausputzen. Bei Travia. Er ist ganz fettig. Äh, äh, hallo. Nimm den Topf. Bei Tra... Na gut, halt nicht. Dann haben wir zumindest schon mal Fett gefunden, oder? Da können wir das Fett mit dem Messer da rausholen. Das dauert die halbe Nacht, bis ich das Fett damit ausgekratzt habe. Dann lassen wir das Fett halt erst mal drin. Ja, Käfig. Perfekter Schlafplatz. Meister Gwinlings, alter Vogelkäfig. Wenn ich daran ziehe, reißt der ganze Vorhang ab. Ich komme mit den Reparaturen doch jetzt schon kaum noch hinterher. Ach so, Vorhang. Ich wollte eigentlich erst mal den Käfig. Ich fürchte, morgen musst du da wieder rein. Hm. Wie? Zumindest so lange, bis du wieder fliegen kannst. Der Spett. Sonst sehen die Andergaster, dass ich mit einem sprechenden Raben auf der Schulter unterwegs bin. Und wir hätten sofort wieder einen wütenden Mob am Hals. Moment. Aber einen sprechenden Raben im Käfig ist okay, oder was? Ich würde eher behaupten, das Sprechen ist nicht das Problem. Nicht, dass die frei herumläuft. Ich schneide einen Fetzen heraus. Der Hinweis war auch eben zu deutlich. Das ist kein Fetzen. Das ist der halbe Vorhang, du Idiot. Okay, können wir Stoffstreifen Fett rausholen? Geht das vielleicht? Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Sehr gut. Auf dem Archimietisch finden wir... Diese verdammte Hexe. Sie hatte mir versprochen, dass ich mit dem Rezept Nuri einen neuen Körper erschaffen könnte. Die Silbertaler sehe ich nie wieder. Sehr gut. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Ob du mit dem jetzigen Plan Erfolg haben wirst, wissen wir auch noch nicht. Bücher aus der Magierakademie über Spruchzauber und Alchemie. Keines hat geholfen, Nuri zurückzuverwandeln. Genau, Orlo. Ist fast wie ein Stück Kuchen, ne? Ist auch sehr relativ zu sehen. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Ich weiß doch nicht, ob alle Zutaten hier oben sind. Haben wir denn irgendwas noch nicht gemacht? Käfig haben wir. Vogelschädel. Als ehemaliger Vogelfänger kommt so einiges zusammen. Die Schädel sind noch aus Gwinlingszeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nuri, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Das ist sehr genügsam von ihm. Aber ja, alle anderen zu überzeugen, wird schwierig. Erons Eltern gab es das früher auch schon. Ich war noch sehr klein, als sie starben. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen. Aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Huch, ja. Ach da, haben wir ganz übersehen. Wieselkraut. Mann, bin ich bleib. Heilkraut aus dem Wald. Falls Nuri sich wieder verletzt. So oft verletze ich mich gar nicht mehr. Ich lerne immer besser, ein Rabe zu sein. Es wird höchste Zeit, dich zurückzuverwandeln. Dann nehmen wir mal das Kraut und können das Kraut bestimmt jetzt hier mit verbinden. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Äh, hab ich hier irgendwas gesehen zum Zerm? Können wir das Kraut hier einfach vernichten? Es wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Roten Kraut. Warte mal, können wir Nuri nicht einfach reparieren? Geht das nicht? Dafür brauche ich Fahis Verwandlungszauber. Meiner kann auch nicht einmal gebrochene Flügel reparieren. Das war gerade die Frage, ob er das kann, aber nein, kann er. Was ist am Alchemie-Tisch denn was? Unsinn. Unsinn. Äh. Äh. Wo hab ich denn... Dinge zum Zermahlen? Ja, vielleicht? Das bringt nichts. Äh. Wie zermale ich das Ding? Ich hab da den Topf... Schäden. Warte, Messer. Ich brauche eine feste Unterlage, um das Kraut zu zerreiben. Man, no. Macht's mir doch nicht so schwer. Ich brauche eine feste... Ja. Ich brauche... Tut das Messer weg. Äh. Wo tun wir das denn hin dann? Was dient um generell feste Unterlage? Wäre die Kommode nicht in feste Unterlage gewesen, mein Freund? Mir fällt dazu nichts ein. Hä? Bevor das Kraut wirken kann, muss ich es in einer festen Schale zerreiben. Ja, und das ist mein Problem. Wir haben keine feste Schale. Nämlich den Topf... ... der jetzt nicht mehr fettig ist wahrscheinlich. Aber jetzt auf einmal... Bei Travia... ... er ist ganz fettig. Kann ich das Kraut dann vielleicht trotzdem da reintun? Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Das bringt nichts. Hm. Auf die Bücher legen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hm. Was gibt... Ja, wohl nicht ins... ... ins Vogelbad, oder? Geht ja wohl nicht. Doch. Hä? Da ist doch Wasser drin. Jetzt ist es doch noch komplett nass. Dabei. Hm. Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. Hm. So. Okay, jetzt haben wir Fädenpumper. Gut, ist vielleicht... Der Streifen ist klein genug. Ist für sie auch das ganz passend vielleicht sogar. Hey, Rainer, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. Hm, jetzt gibt es Baconfett. Baconfett mit Kräutern auf die Wunde. Wenn das nicht heilt, dann weiß ich nicht. So. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Hm. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. Das hoffen wir für sie. So wie der Stein über den Skarabeus, so herrscht der Skarabeus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein? Wisst ihr sie nicht? Sei euer Leben auf ewig mein. Und damit sind wir bei Teil 2. Und noch einmal. Diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Denk an was Schönes. Denk an... Ähm. Oh. Chapter 1 completed. Nice. Unsere erste Begegnung. Unsere erste Haldenhort. Unsere Nacht am Lagerfeuer. Das war die Nacht, wo er sie herausgefunden hat, dass wir sie belogen haben. Vielleicht war das doch nicht so schön. Unseren Sieg gegen das Böse. Das war der Moment, wo sie verwandelt wurde. Auch nicht so schön. Unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Das war mehr oder weniger nett. Aber da war sie auch im Golden. All unsere lustigen Begegnungen. Hm. Also alle wirklich schönen Sachen haben was Negatives an sich. Nur die Begegnungen ist eigentlich das einzige rein positive aus der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, was die erste Heldentat war. Ich nehme die Nacht am Lagerfeuer. Unsere gemeinsame Nacht in den Brynasker Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Ja. Das war schön. Aber du hattest mich davor angelogen. Ja, verdammt. Ich wollte dich retten. Ich hab's gewusst. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer. Ich erinnere mich gern daran. Weißt du noch? Dann nehmen wir die erste Begegnung. Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Hm. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Gut. Was bleibt uns denn da noch? Die erste Heldentat. Ich weiß nicht mehr, welche... Die erste Heldentat war... Sieg in das Böses ganz blöd. Und Bootsfahrt. Das war so lala... Ja, genau. Auf der Bootsfahrt hat sie nämlich von dem Fänenreich Fanglari geträumt, dass wir erstunken und logen hatten. Alle unsere lustigen Begegnungen. Das ist so... Ich nimm mal die erste Heldentat. Erinnerst du dich noch an die Orks? Und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Sie haben so friedlich gegessen. Und dann hast du sie in den Krieg geschickt. Nur um sie loszuwerden. Das war lustig. Das sind Orks. Orks ziehen ständig in den Krieg. Aber gut. Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm. Genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja. Leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Giron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, ist echt nicht geil für sie. Ständig als Vogel leben zu müssen. So, zum Zeltplatz. Hier rechts ist ihre alte Höhle, ne? Darunter liegt Noris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Vermisst du dein altes Zuhause? Hm. Ich weiß nicht. Glaube nicht. Ich sehe noch mehr. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest. Und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Oh ja. Dickkopf können die beide gern sein. Das auf alle. Wieder runter. Spiel. Oh, ich dachte. Wo kommt die Säule her? Hä? Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung. Nur mit Gesichtern darin. Heda. Was ist hier los? Reda? Ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andagast hat dieses Gebiet bis auf weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tadaa, otolamidische Säulen mit andagastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jupp. Und jetzt kusch dich. Sonst wieder fährt ihr womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahy war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri. Das war ein Andagaster-Lynch-Mob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Dann fangen wir mal schnell an zu suchen. Sieht aus wie der Sack eines Wanderers oder Jägers und nicht wie die Tasche eines ernstzunehmenden Magiers. Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Ja, man kann es ja mal versuchen. Er hält eine kleine Muschel an die versteinerte Frau. Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten. Aus welcher Richtung erfolgt dir der Angriff? Fragt ihr mich? Er ist ja immer noch hier. Bräder, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Verschwinde. In Ordnung. Das war soldatische Härte. Krass, ich bin beeindruckt. Ich höre nichts. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahri geschehen ist. Gut. Ein Hammer. Wir müssen seine Augen ablenken. Die Säule. Sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Wahrscheinlich wollte die Fleischerin ihn angreifen. Nach Andergast und die Lichtung herum Absprung. Die Lichtung wurde abgezäunt. Finger weg. Dies hier ist Sperrgebiet. Der auch. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart. Wenn er denn gehauen wäre. Heda. Ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Dann gehen wir mal hinten rum. Äh. Da bin Hammer. Da komme ich nicht ran. Ich weiß ja. Das geht ja nicht. Dann halt nicht. Oh nein. Ach. Guck mal. Ich komme mit ihr reden. Ich habe sie schon einige Male auf dem Markt gesehen. Das Kampfseminar nimmt noch nicht lange Frauen in ihre Hallen auf. Der Geist muss sich mitversteinert haben. Heda. Gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch. Er führt einen geschliffenen Doppelkundchomer, mit dem er jedem Nervensegel in keine Schaden schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Haha. Nein. Wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Tja. Ich muss aber leider hier lang. Eine weitere Absperrung. Hey. Das Seil hängt da nicht ohne Grund. Ich will aber auch durch. Mit Grund. Okay. Dafür bin ich zu weit weg. Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Er ist zu weit weg. Können wir das Seil vielleicht mit unserem Zahn... Oh, wir haben Nuri. Nuri. Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Ja, aber als die Frau... Gehen wir mal zurück. Psst. Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Äh... Äh... Unzähligen. Sag, du wurdest überrannt. Wie sah der Magier aus? Schwarzer Umhang. Äffchen. Zu nebelig. Krokusfarbene Brosche. Äh... Schwarzer Umhang. Er trug einen Umhang. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Äh... Nordost. Aus dem Wald. Vom Zelt. Von hinten. Von hinten ist immer super. Ihr wart in einen Hinterhalt geraten. Sie kamen von hinten. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Äh... Nordwesten. In den Wald. Ins Zelt. Äh... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das konntest du nicht erkennen. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Die erzählen wahrscheinlich jetzt irgendeinen Blödsinn. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Was sagt sie? Psst! Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Und jetzt? Jetzt machen wir wieder eine Folgenpause. Für YouTube sehe ich gerade. Wenn der Timer blinkt. Gut. Wir gucken mal beim nächsten Mal, wie wir ihn abgelenkt bekommen. Beziehungsweise... Ja, ein bisschen mache ich auch auf Deutsch noch weiter. Dann mache ich hier eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf YouTube. Oder direkt live. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis dann. Bis ich边. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.